Achtung Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder GTA 5 Kasmap zusammen mit dem Hero. Guten Tag. Geht das irgendwie ein anderes Auto? Ja, dachte ich auch gerade. Ey, was ist denn los bei euch? Ja, die Hupe höre ich gleich eh nicht mehr, wenn ich als erster Freund fahre. Nein Leute, rammt mich doch nicht weg hier! Lass mich einfach in Frieden fahren. Lol, was war das für ein Jump? Voll die krüppelige Bahn hier, was macht ihr denn da, ey? Er kommt einfach von hinten! What the fuck? Kann man nicht hier irgendwie einen Fallschirm ziehen? Land dich drauf, land dich drauf! Was? Das ist ein Polizei-Auto? Ist das ne Kacke! Ja, es gibt doch diese undercover, achso, ok. Haha, er will mich rammen. Läuft was du da? Gar nicht vor dich! Ich wollte einfach hier rüber sliden, ey. Nein! Er will ich spawnen daneben. Was war das denn? Du bist direkt draufgeheizt oder was? Jaja, nur mach. Nein! Ey, was hast du denn gemacht? Nein, ey, was ist das denn? Was hast du denn gemacht? Ich hab keinen Weenie gezogen. Das war auch mein Problem. Okay. Verpasste hat's wieder natürlich, der Cheater. Wow. Ganz langsam, alles wird gut, solange du geil bist. Solange du was geil bist? Ja. Du kannst viel lösen. Was?! Ey, was war das denn? Loll! Alter, was war das denn? Ich bin ein Mond. Ey! Ich bin auch so richtig runtergebracht. Was macht der denn? Wir wollten hier schon wieder cheaten, hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ich wollte halt echt cheaten, aber ging nicht. Ja. Was machst du denn? Kann aber auch Cheaten, ey. Das glaub ich. Das mach ich jetzt auch. Hä? Was macht der denn dann? Ich hab ihn einfach nur wegblocken wollen, so was Spaß an der Leune. Ich weiß nicht mal, wer es war. Tomi war es glaub ich. Alter! Das geht. Cheat ist doch nicht so einfach. Aber wenn man ein bisschen weiter rechts hört, geht das. Nein! Ach fuck ey! Nein! Ich... 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 Ich hab den Punkt. Du bist so lacke. Hihihihi. Jaaaa. Der Lacke des Jahres Award, Freunde, geht an. Fresh Fries. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich komm leider nicht da rüber irgendwie. Warum? Ich bagge mich da fest. Nein! Jetzt bin ich gestorben, weil ich ne zu krass ne Mühle gezockt hab. Juhu, das war jetzt echt nicht schwer an der Leune zu kommen. Ey, was mach ich denn jetzt? Was? Wie bockt der hier? Ach so, ich fall wahrscheinlich runter, oder? Ich versuch nochmal zu cheaten. Nein, man schafft nicht. Man schafft nicht so nen krassen Gleit mit dem Ding. Bade! Nein, dem Fresh der Porg. Gamer! Was? Noch bin ich drauf. Noch bin ich drauf. Nein! Meine Scheißkarre ist zu langsam schwer. Als hätten wir nicht alle dieselbe, weißt du? Nein! Bist immer noch nicht hier drüben hier. Ich hab's wieder verkackt. Ich bin da auch nicht der Einzige. Naja. Hier! Wie pack ich hier? Matt war da kaputt. Oh shit, was ist das denn jetzt? Nach hin! Muss ich mal hier über die Bremsen drüber? Nee, doch nicht. Okay. Wo, über welche Bremsen? Ich hatte das Ding auf einmal. Den Punkt, der da ist? Ja. Ja, sicher. Ich hab ja so geschrien, nein, und dann so, ja, hab den Punkt. Ja, vor allem, man spawnt dann, aber ist da einfach woanders irgendwo, ne? Mit dem Scheiß, den wir jetzt hier da lang fahren. Ich war da drauf! Wo ist denn überhaupt? Was mach ich da? Wo ist denn überhaupt der Punkt, der nächste? In der Röhre da hinten. Er will jetzt schon wieder schieben. Nein! Was machst du da hier? Ganz chillig runtergelusen. Meins, am Boden ist der Punkt. Ja. Ist er halt echt, lol. Man sieht ihn richtig von oben. Er labert, ey. Ich bin runtergefahren. Als ob du bist doch... Ach, ich bin schon wieder runtergefahren. Das backt so richtig kacke rum, das Ding. Was ist los? Ich hab den Punkt. Nein! Ey, was macht das? Oh, shit. Alle sind wieder hier, stressen, rummelden. Wo, stressen? Was mach ich da? Auf dem Balancier-Ding. Was mach ich da, Freunde? Was? Wie backt der da runter? Ja, man backt hier immer, wenn man diese Schilder langfährt, ne? Ey, was war das denn? Scheiße, Alter. Das Ding ist richtig buggy. Richtig nervig. Nein. Endlich mal wieder hier oben, ne? Ja, aber da oben backen wir ja noch mehr rum. Ja, ja. Oh, ich... Nein, ich war doch drauf! Come on. Ich hab mich gerade so richtig genau gerade positioniert, um einfach drauf zu heizen. Und er fällt einfach nach rechts runter. Alter, was ist mit dir? Juhu fällt runter. Du bist noch ein Trainer. Wer fällt hier runter? Nein! Nein, ich fange, Alter! Fuck! Oh, shit, ey. Knapp, ne? Knappe Käste hier. Der wollte hier unterdrücken, ey. Ja, und ich darf mich fahren vor Fullspeed, damit du mich nicht kriegst. Ey, ich fahr einmal daneben. Was ist denn das? Ich hätt's schon längst haben müssen. War leider auch mal daneben. Ach, was mach ich da? Kann man hier irgendwie jumpen oder so? Direkt rüber? Ne. Ja, ich hab den Punkt. Als ob. Was macht er denn, Alter? Ey, wie... Man kann es gar nicht schaffen! Wie soll man denn da drauf kommen? Ey. Klar kann man es schaffen. Oh, ich bin drauf. Oh, ich komme jetzt mit Fullspeed einfach nur um dich runter zuhören. Nein! Ich bin drauf. Ich bin drauf. Man muss einfach nur ein Wheelie ziehen. Dann geht das Wheelie. Oh, das ist dein Ernst? Was denn? Was denn? Er will genau dann fahren, wenn ich fahren möchte. Ja, hast du ja reserviert oder was? Ja. Ich verstehe die Frage nicht. Das dauert Jahre. Wo ist denn er? Neuer ist im Ziel. Luke als Erster? Richtig peinlich, ne? Richtig. Da sieht man mal, was das für eine Kackmöp ist. Der hat mich halt da runter gerammt. Ey, du bist alleine da runter gefahren gerade. Nein, davor schon. Deswegen musste ich da wieder drauf. Aber kam da nicht drauf. Was machst du da hier? Ey! Alles wieder neu. Achso, er war da drauf und tut. Oh, nee! Und bleibt sogar draußen. Ich kann einfach so voll richtig durchfahren. Wie lächerlich, ey. Fäsch, fahr doch mal schneller, Mann. Junge! Wie er nicht wegschiebt. Einfach nur. Nein! Ich war jetzt vor Blockbuster. Das Ding schiebt dich einfach nur so richtig hardcore weg. Oh, Blockbuster, gib Gas. Nein! Gib Gas! Jetzt verkacken wir es hier schon, die ganze. Echt zu langsam, Mann. Du Lacke. Aber jetzt erwische ich dich. Jetzt erwische ich dich. Nein, 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 nein. Weg hier! Er gibt Vollgas. Ich bin extra gratis. Ja, komm. Jetzt reg es mal ab. Lass es mal nochmal hier versuchen. Willst du zuerst, oder was? Ja. Ja, dann mach. Ja! Kann irgendwie mein Reifen nicht weiterdrehen. Oh, Blockbuster kommt hier wieder. Außer, dass man hier so... Fick dich, Alter. Verspick dich. Ja, komm. Jetzt Wheelie und drauf da. Alter! Ich fange. Er wird sich halt hart drauf vordringen hier, ne? Er will mich runterrömen. Was ist mit ihm? Verspick dich. Ich wollte nur wieder drauf hier. So, hier drauf zu bleiben ist irgendwie... Ey! Die Lampen, ne? Die kicken die dann einfach ins Sinn runter. Kein Plan, wie man es machen soll. Ist das ne Scheiße. Die Sache ist, einer von uns muss noch entziehen. Einer von uns muss einfach zu cheaten. Wo ist denn das Ende von dieser scheiß Röhre, Alter? Irgendwo da hinten. Kann man da hochfahren? Nein. Ich werde es mal versuchen. Ich bin gerade drauf auf dem Ding. Nein, die Lampen! Ja, habe ich doch gesagt. Glaubt mir halt nicht. Keine Ahnung, muss man da immer mit dem Wheelie dann, oder was? Das versuchen jetzt alle da drauf zu bleiben. Ich versuch's noch serious. Nochmal, Junge. Also eigentlich probier ich's gar nicht serious, will nur näher ran, um da dann runter zu fahren. Aber da wird's doch schwieriger. Nein. Ach, ich bin drauf. Jo, shit, did him. Ja, aber die Frage ist, ob ich da überhaupt hochfahren kann. Die Frage ist, wie weit hoch muss man denn? Wahrscheinlich bis an Anfang der Röhre, ne? Meinst du, der Punkt ist echt da oben? Aber es sieht gut aus. Mit Hofern, oder was? Ja, ja. Bin jetzt eigentlich schon fast oben gleich. Schon wieder diese Lampfe! Ja, die Lampen sind richtig scheiße. Hab den Punkt. Hehehe. Ähm, was passiert dir jetzt? Warum fahr ich hier wieder runter gerade? Er sagt, der wär fast oben. Hast du mal nach oben geguckt? Oh, oh. Warte mal, doch. Ja, doch, doch, ich bin jetzt da. Da hat er den Punkt. Und ich fände recht rückwärts raus mit der Karre. Hoffentlich war das auch ein Schöke-Point, Alter. Hoffentlich nicht. Doch. Nice! Easy! Easy, sagt er. Hier oder Cheater, Freunde? Ja, irgendwie muss es auch weitergehen, Alter. War das deine Folge eigentlich, oder mein? Das war, glaube ich, meine. Nee, stimmt gar nicht. Meine, was? Seine ist. Denn ich musste eben Abmorden machen. Alter, ist die Karre lahm, ne? Aber irgendwie sind da ja noch zwei beim Ziel. Keine Ahnung. Haben alle gecheatet, oder was? Nee, der ist, glaube ich, noch am Anfang. Oder so. Ich bin halt Vierter, ne? Ja, ja. Die anderen sind schon im Ziel. Drei Stück. Und Blockbuster und JP sind, glaube ich, noch am Anfang. Wo ich bei RJP, glaube ich, passt da nicht. Und, bist du auch schon am Tweeten, oder was machst du? Nee, ich fahr hier Lettrip. Ja, warum denn? Ja, weil ich auf dem Ding gerade mega gut am Dingsen bin. Nee, aber jetzt gleich wieder. Die Lampen! Nee, nee. Ohne Witz. Lampen sind schon vorbei. Alles easy so weit. Oder am Speed, den ich nicht gekriegt habe. Ey, wie lang ist die Röhre denn? Ich würde keinen Fehler jetzt machen, ne? Ja, ist wirklich so. Es gab keinen Punkt hier. Naja, ich weiß, dann ist das das Ziel. Annäherungsminen. Gibt's nicht. Das wär's, Alter. Nein! Was? Ich komm vor Hero-Ban, Freunde. Ich komm vor Hero-Ban. Ja, kennst du auch. Ey, wie lange ist die Röhre denn gewesen? Ist die vielleicht auf dem Boden? Er hofft. Er hofft und wankt, Freunde. Aber ich hab's jetzt gleich. Gleich. Ich seh schon, dass du fährst mindestens noch 5 Minuten in den Scheißding rum. Hä? Ich hab hier direkt den Zielpunkt. Ich muss nur noch hier den Balance-Parcours schaffen. Hä? Was für ein Balance-Parcours. Warst du noch nicht beim Balance-Parcours? Ende des Rennens! Jemand ist gequittet! Ja! Ja! Ja, nice! Was ein Asi! Er quittet! Ich sag mal so, Hauptsache Vorhebung. Ja, das ist's. Und jetzt bin ich auf einmal 5. 5. Ah, jetzt bin ich auf 4. Ja, ich jetzt bin ich auf 4. Ich bleib jetzt stehen, damit das tut leid. Ich bin näher zum Ziel! Nee, nee. Ich bin näher 4. Nice! Was? Ich bin doch näher! Jetzt müssen wir gucken, wer näher wird. Das sieht man eh nicht, Alter. Ja, vielleicht steht da jetzt, dass ich vorne bin. Das müssen wir noch mitnehmen, Freunde. Ich war definitiv näher. Ich bin ein Scheiß, Alter. Doch, doch. Definitiv. Außerdem bin ich der Einzige, der nicht gescheatet hat. Da musst du doch die Röhren hochfahren, um dich zu cheaten. Was?! Ja, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo. Schaut auch bei Hiro vorbei. Bis dann nach 3. Ciao! Cool! Cool!